Musik Begeben Sie sich auf eine spannende Zeitreise mit einzigartigen Freiberger Gästeführern. Zum Beispiel plaudert Silbermanns geschwätzige Haushälterin Anna Magdalena Poltermann aus dem Nähkästchen. Oder Braumeister Michael führt durch eine 800 Jahre Braugeschichte in Freiberg. Silberklang und Berggeschrei. Die Geheimnisse, das Lebenswerk und der Lebenswandel des weltberühmten Orgelbaumeisters Gottfried Silbermann. Ausgeplaudert von Anna Magdalena Poltermann, Silbermanns geschwätzige Haushälterin, stehen im Mittelpunkt der Erlebnisführung durch Freibergs historische Altstadt. Am Splossplatz, neben dem Silbermannhaus, wo fast 40 Jahre lang seine Orgelwerkstatt angesiedelt war, beginnt die Führung. Historie und historische vermischen sich nicht selten, wenn man Silbermanns Haushälterin aus dem Nähkästchen plaudert. Freiberger Bierführung. Eine nicht ganz ernste Erlebnisführung unter dem Motto Hopfen und Malz, Freiberger Hals. Heitere Erlebnisse und amüsante Trinksprüche, die sich nach dem Genuss von echtem Freiberger Bockbierbrand leicht merken lassen, machen diesen Stadtrundgang der anderen Art zu einem einmaligen Erlebnis. Entdecken Sie mit unseren Stadtführern den historischen Altstadtkern mit über 550 denkmalgeschützten Einzelobjekten. Erfahren Sie Wissenswertes über die Silberstadt, die ihren historischen Silberreichtum in neuer Pracht zeigt. Folgen Sie der Spur des Silbers und lassen Sie sich von der Silberstadt faszinieren. Insgesamt werden zwölf verschiedene Stadtführungen angeboten. Neu ist die romantische Laternenwanderung durch die historischen Gassen der Silberstadt mit Glühweinstopp. Folgen Sie den Spuren der Bergleute, die früher im Dunkel von ihrer Schicht kamen und vorher im Finstern nach Silbererz gruben. Ihren Weg fanden sie nur durch den schwachen Schein ihrer Laternen. Was früher harter Arbeitsalltag war, wird heute zu einer romantischen Führung durch eng verwinkelte Gassen und entlang der Stadtmauer. Weitere Informationen und Angebote, auch speziell für Gruppen, finden Sie unter www.freiberg-service.de 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 www.freiberg-service.de